Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Broken Sword. Ja, wir haben in der letzten Folge die Waschmaschine repariert und dürfen jetzt in den Keller und ich bin gespannt. Wir sollen hier die Bierpumpe aktivieren. Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall, aber es passiert weiter nichts. Okay. Es ist der Hebel, der die Falltür sichert. Eine Falltür? Okay. Sonst haben wir hier nichts, ne? Schauen wir mal draußen. Hier können wir doch jetzt sicher rein, oder? Ich hebe die Falltür hoch und ein überwältigender Gestank von schalem Bier steigt aus dem Keller auf. Ich sehe auf den gefließten Boden runter. Viel zu weit für einen Sprung. Verzeihung. Ich habe so ein flaues Gefühl in der Magengegend. Etwas, was ich normalerweise nur bei Operetten bekomme. Es ist Kahn. Was ist los? Haben Sie gesehen, was hier vor ein paar Minuten passiert ist? Was denn? Ein Mann hatte einen sehr bedauerlichen Unfall. Ich habe nichts gesehen. Und der Junge? Der hat auch nichts gesehen. Der Junge, naja, Sie wissen doch, wie es in diesen ländlichen Gegenden zugeht. Dem fehlen ein paar Chromosomen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich bete, dass Maguire schlau genug ist, einmal den Mund zu halten. War der Mann schwer verletzt? Man hat sich um ihn gekümmert, aber er glaubt, er hat ein Päckchen fallen lassen. Sie haben es nicht zufälligerweise gefunden, oder? Nein, und ansonsten hätte ich es zur Polizei gebracht. Natürlich. Danke. Was für ein schmieriger Kerl, oder? Ähm. Nächste Seite. Ich habe Kahn getroffen, von Angesicht zu Angesicht. Er kam direkt zu mir und fragte wegen dem Unfall. Er suchte nach etwas. Der Edelstein muss im Fitzgeralds Paket gewesen sein. Jetzt muss ich es nur noch finden. Dann suchen wir es mal und vielleicht haben wir ja Glück, dass es hier nach unten gefallen ist. Können wir hiermit was machen? Es ist unmöglich, den Schalter wieder in die frühere Stellung zu bringen. Gut, aber runter können wir hier nicht, oder? Die Plastikabdeckung ist zersplittert und weggebrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. Okay, quatschen wir nochmal mit dem hier. Hey, Maguire. Was? Hm, ach nix. Bis später dann. Okay, Mister. Okay, aber hier runter können wir jetzt gerade nicht, ne? Kommen wir von hier da rein? Jetzt, wo ich was sehen kann, finde ich Mr. Leary's Taschenlampe ohne Probleme. Okay. Plötzlich bemerke ich eine Reflexion. Irgendetwas funkelt unter der offenen Falltür. Es ist tatsächlich Peacrims Edelstein. Ein großer, ungeschlifferner blauer Stein. Ich denke, er hat mich bereits in seinen Bann geschlagen. Haben Sie es gefunden? Was? Das, was Sie gesucht haben. Ähm, ja. Hör zu, Maguire. Ich will, dass du das für dich behältst. Null Problemo. Besorgen Sie uns einfach einen Kasten Bier. Kommt nicht in Frage, du bist noch nicht alt genug. Wir können das Zeug verkaufen und damit ein bisschen Bares besorgen. Vergiss es, Kleiner. Ich kann Mr. Leary's Vertrauen nicht so missbrauchen. Ich schon. Der alte Miese-Peter verdient's nicht anders. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann halt nach dem Typ in diesem Anzug ausschau. Okay, aber das kostet sie eine Tüte Chips. Und schrei, wenn du den Ferrari siehst. Okay, noch ein Eintrag. Ich habe ihn. Ich habe den Edelstein, der zum Dreibein gehört. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was ich damit tun muss. Ja. Das wäre nicht schlecht zu wissen. Oh, der Wasserhahn tropft hier die ganze Zeit. Gucken wir uns den mal an. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Bäh. Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht. Aber er tropft weiter. Okay. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Dann können wir doch bestimmt unser Handtuch damit nass machen. Ich halte das Handtuch unter den Haaren, bis es sich mit Wasser vollgesogen hat. Kannst du den noch ausmachen? Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht. Aber er tropft weiter. Okay. Dann gehen wir jetzt nämlich zurück ins Schloss. Da brauchen wir nämlich das Wasser. Und... Hier hoch. Und rein. Hier brauchten wir das nämlich. Und schnell das nasse Tuch drüber. Das Wasser wird von dem Gips rasch aufgesogen. Kann man das jetzt nehmen? Vorsichtig hebe ich das hart gewordene Stück Gips aus dem Sand. Auf der Rückseite bildet es eine perfekte Kopie der Statue. Sehr gut. Dann können wir das doch jetzt sicherlich hierfür benutzen. Die ausgehärtete Gipsform passt perfekt in die fünf Vertiefungen. Man hört ein leises Klacken. Dann ist Ruhe. Oh, das Geräusch erinnert mich gerade an eine Baby-Blox-Berg-Folge. Als Kind habe ich das auf Video immer total gerne geguckt. Und es gibt eine, wo sie und ihre Freundin nicht... Doch Moni, die mit den schwarzen Haaren. Da sind die in so einem Schloss und wollen dann Prinzessinnen sein. Und Baby hext sie dann als Prinzessinnen. Und dann kommt auch so ein Geräusch, weil die hinter so eine Tür schlüpfen. Ach, das ist toll. Oh nein, habe Teil eines Fotos gefunden, das eine direkte Verbindung zwischen meinem Vater und Cachon herstellt. Er gehört zur Cachons Organisation. Ein Faschist, der in Kriegsverbrechen verwickelt gewesen ist. Kann es wirklich sein? Vater stellt das Verbindungslieb in dieser Angelegenheit dar. War er der wahre Grund, warum ich Cachon treffen wollte? Ich hoffe, dass George vorbeikommt. Dennoch, dieser Teil der Geschichte muss mein eigenes schreckliches Geheimnis bleiben. Na, ob das dein Geheimnis bleiben kann, liebe Nico? Und ja, oh man, ich würde super gerne bei George weiterspielen, weil ich wissen will, was da unten ist. Aber gut, können wir wen anrufen? Mir fällt niemand ein, den ich anrufen müsste. Okay. Ja gut, hinsetzen müssen wir uns auch nicht. Gehen wir mal anrufen. Ich habe keinen Grund, in die Nacht rauszugehen. Okay, na gut. Mein erster Teddy. Jemand hat mir auf den Anrufbeantworter gesprochen. Sie haben drei neue Nachrichten. Hey, ich bin's, dein Lieblingsredakteur. Hallo Nico, ich bin's, dein alter oder eher dein neuer Kumpel George. Boah, Irland ist wirklich ein abgefahrenes Land. Und ich habe auch tolle Neuigkeiten für dich, eine Riesen-Story genauer gesagt. Oh, ich muss los. So ein Typ hier will mir unbedingt einen ausgeben. Also bis morgen, Nico. Slan, da staunst du, was? Erst einen Tag hier und schon spreche ich Gälisch wie ein Eingeborener. Mademoiselle Collar, hier spricht Imelda Karchon. Ich wollte mich noch einmal für ihr Verständnis bedanken, als hätten sie nicht Lust zum Essen vorbeizukommen. Morgen? Ich habe Ihnen viel zu erzählen. Heute Abend konnte mich ein Monsieur Merlin besuchen. Er behauptet zu wissen, warum Pierre ermordet wurde. Er müsste gleich hier sein. Ich werde Ihnen dann erzählen, was er gesagt hat. Leben Sie wohl, meine Liebe. Bis morgen. Nein, das können wir auf gar keinen Fall. Bei meinem Eintreffen ist der Hof des Palais Royale verlassen. Ich kann nur hoffen, dass ich den Mörder hier erwische. Ich muss Imelda warnen, bevor es zu spät ist. Was mich gerade wundert ist, wir haben doch Cairn gerade in Irland gesehen. Also das ist ja hier derselbe Abend. Ist er so schnell wieder zurück nach Paris geflogen? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber okay, haben wir noch einen. Ah ja, Palais Royale. Imelda in Gefahr. Drei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Mein Verleger war sehr besorgt über meine Geschichte und George rief aus Irland an. Betrunken. Endlich auch Imelda Cachon. Sie sagte, dass ein Mann namens Moilin sie heute Abend besucht. Das ist Cairn, der Kostümmörder. Sie schwebt in schrecklicher Gefahr. Ich muss sie warnen. Hier haben wir auch noch was, oder? Ich löse den ersten Draht. Aha. Ich löse den zweiten Draht. Selbst als beide Drähte entfernt sind, bleibt die Statue stehen. Müssen wir die kippen, um da reinzukommen? Okay. Ich glaube schon, ne? Aber gucken wir erstmal hier an der Tür. Die Sprechanlage ist außer Betrieb. Schlechtes Zeichen. Jemand hat den Draht gekappt. Oh oh. Abgeschlossen. Durch so eine Tür komme ich nicht durch. Jetzt wird es ganz schön aufregend hier in Paris. Die Geschichte nimmt so langsam richtig Fahrt an. Wenn ich das Ding auseinandernehmen kann, kann ich alles auseinandernehmen. Wahrscheinlich. Dann mal hoch da. Die Plastikfolie ist dick und stark. Mit bloßen Händen kann ich die nicht zerreißen. Okay. Ich glaube, wir haben ja ne Menge im Inventor. Nein. Okay, der Schlüssel war es nicht. Die Haarspange. Nein. Nein. Das hier? Mhm. Dann mal rein da. Bin in Cachons Apartment eingebrochen. Ich würde eine großartige Einbrecherin abgeben. Okay, hier können wir aber auch nichts mehr machen. Also gehen wir raus. Hoffen, dass wir Imelda rechtzeitig finden. Hier brennt Licht. Mein Gott. Ich komme zu spät. Imelda! Oh nein. Nico? Keine Bange. Das kommt schon in Ordnung. Du weißt, dass das nicht stimmt. Es war Merlin, nicht wahr? Gekleidet wie ein Edelmann. Wie absurd. Du bist gekommen, um mich zu warnen, nicht wahr? Ich muss verrückt sein. Lass dich ansehen, Nicole. Die ganze Zeit haben sie mich nur benutzt. Er ist die wahre Imelda. Du bist ein außergewöhnliches Mädchen. Thierry wäre stolz auf dich. Sie kannten meinen Vater doch gar nicht. Du bist wie er. Vor allem die Augen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um einander kennenzulernen. Sie ist tot. Sie hat mich belogen, betrogen und benutzt. Aber warum? Okay. Jetzt ist also Imelda an der Reihe gewesen. Ein weiterer Mord des Kostümmörders. Moelin oder Khan, diesmal als Edelmann verkleidet. Die Polizei wird die Angelegenheit nicht untersuchen. Sie werden das vertuschen, so wie all die anderen Morde. Selbst im Tode sieht Imelda unverändert aus. Schön, rätselhaft. Die Eiskönigin allein in ihrem Eispalast. Und mit einem riesigen Kinn. Ich öffne es. Es enthält einen kleinen goldenen Schlüssel. Ich nehme den Schlüssel. Ich muss gehen. Ich weiß, dass ich nie wiederkommen werde. Okay. Oh, Backe. Tja, da sind wir ein bisschen zu spät gekommen. Und ich frage mich, wozu sie uns jetzt benutzt hat. Können wir wen anrufen? Die Polizei vielleicht? Mir fällt niemand ein, den ich anrufen müsste. Okay. Das ist der Schlüssel aus dem Helders Medaillon. Können wir den vielleicht mit der Schatulle benutzen? Die wir von unserem Vater bekommen haben. Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegensch... Jo, aber jetzt haben wir ja einen Schlüssel. Vielleicht passt der. Ich nehme den Schlüssel raus. Ich kann es kaum glauben. Imeldas Schlüssel öffnet die Schatulle meines Vaters. Ich fürchte mich vor dem, was ich darin finden werde. Das glaube ich. Dann lesen wir den mal. Mein geliebter Thierry, wenn du das liest, bist du schon längst in Sicherheit. Weit weg von Afrika. Keine Angst, Pierre und die Organisation haben keine Ahnung, für wen du wirklich arbeitest. Und auch nicht von uns beiden. Hast du gedacht, ich würde dich verraten? Das könnte ich gar nicht. Du wolltest, dass ich ihn verlasse, aber ich war nicht so mutig wie du. Ich weiß zu viel über das, was hier passiert ist. Sie würden mich finden und uns beide töten. Genieße dein Leben in Paris, Thierry. Dein Leben voller Ehre und patriotischer Pflicht. Verleiht man Spionen eigentlich auch Orden? Wohl kaum. Du bekommst höchstens einen Tarnjob in irgendeiner Botschaft. Dieses Leben könnte ich nie mit dir teilen. Stell dir mich mal als Diplomatengattin vor. Darum muss ich hierbleiben bei Pierre. Wir beide sind zusammengeschweißt durch das, was wir diesem Land angetan haben. Au revoir, mein Geliebter. Du wirst für alle Zeiten in meinem Herzen sein. Imelda. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Mein Vater hatte verdeckt für die Regierung gearbeitet. Er war also doch einer von den Guten. Er und Imelda müssen sich ineinander verliebt haben. Sie fand heraus, was er wirklich war. Also musste er fort. Es hat ihr das Herz gebrochen. Aber sie hat es nie jemandem erzählt. Ich könnte das auch nicht. Was immer er auch getan hat. Er hatte gute Gründe, es geheim zu halten. Ich habe mich entschlossen, das zu respektieren. Und niemandem etwas zu erzählen. Das ist George. Ich weiß es einfach. Einen Moment lang bin ich versucht, so zu tun, als sei ich nicht da. Oder ihn zu bitten, zu gehen und später wiederzukommen. Aber dann... Herein. Hallo, George. Wo bist du denn letzte Nacht gewesen? Bei McDevitts. Ich habe mit Doyle und einigen anderen Burschen etwas getrunken. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Nicht viel. Ich musste das Zimmer mit einem anderen Burschen teilen. Hat er geschnarcht? Kaum. Er war tot. Und du sagst, Pegram ist verschwunden? Ohne jede Spur. Aber mein Besuch hat sich dennoch gelohnt. Pegrams Edelstein. Der Edelstein der Templer. Wer auch immer Jacques Marquet ist, auf ihn wartet eine Enttäuschung. Jacques Marquet? Er hätte den Edelstein von Fitzgerald abholen sollen. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Mofosson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Okay. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. So, das hier haben wir ja gefunden, ne? Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Okay. Dass man das immer anklicken muss, bevor Mofosson kommt. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Mofosson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Okay. Ich würde sagen, es geht in der nächsten Folge weiter. Ist ja echt eine Menge passiert in dieser Folge. Imelda ist gestorben. Und Nico hat herausgefunden, dass ihr Vater doch einer der Guten war. Jetzt überlegt mal, ihr spioniert die Leute nur aus und seid dann in so einem Land und müsst für ein Foto posieren, während hinter euch Leute umgebracht werden. Und ihr seid eigentlich absolut dagegen und müsst trotzdem irgendwie so tun, als wäre alles in Ordnung. Boah, ich stelle mir das so schrecklich vor. Aber gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!